Moin Leute, es geht wieder weiter. Und zwar bauen wir Möbel für die Lina, für die Messe, ne? Und zwar für Cameo. Wisst ihr, da kommt mein Laser her. Jo, und da haben wir gedacht, wir fangen mal an, man muss irgendwo drauf sitzen können. Und wo kann man am besten drauf sitzen? Natürlich auf dem Schaukelstuhl. Aber ein Schaukelstuhl ist jetzt nicht so gemütlich, aber ein Schaukelsessel, das ist es. Also bauen wir einen Schaukelsessel. Jo, ein bisschen Multiplex in die CNC schmeißen. Meide hat hier schon mal alles festgemacht und dann haben wir hier die Konturen gefräst. Das ist natürlich eine schnelle Nummer. Danach ging es an Laser. Achso, jetzt fräsen wir noch weiter. Aber jetzt geht es an Laser. Jo, hier habe ich nur Fotos gemacht, weil ihr solltet ja auch noch bei YouTube reingucken. Das ist ja nur ein Sneakpeak, ne? Und ja, dann haben wir die Teile so weit erstmal aufgekühlt und dann haben wir ein paar Zwischenschritte gehabt. Und jetzt kommt noch ein bisschen Öl drauf. Das Ganze sieht auf jeden Fall immer schier aus, ne? Schön schlicht, ein bisschen Muster drauf. Gute Sache, sag ich euch. Jo, hier ist so ein bisschen Wellenmuster drauf, das passt zum Schaukelstuhl. Hier seht ihr das gute Stück nochmal, steckbar, schlicht und einfach gut, ne?